Ich habe meine Schwester im Alter von 18 verloren, sie war damals 16 Jahre alt und ich habe nicht viel Dauer mit ihr gemacht, aber habe ein sehr schlechtes Gewissen, deswegen könnte ich dafür bestraft werden. Es kommt darauf an, es wäre natürlich besser, hättest du Dauer gemacht, aber die Sache ist vorbei. Falls sie Muslimer war, dann mach viel, bitte für sie um Vergebung, mach unter anderem Spenden für sie und lass Umr für sie machen und ähnliches. Amen.